Guten Abend, liebe Leute. Natürlich gibt es auch heute ein Daily, aber es gibt nicht so viel, was ich zu erzählen habe vom heutigen Tag. Ich habe ein Daily vorbereitet, dass dann Montag, Dienstag, Mittwoch oder sowas kommt. Einfach weil, ich glaube, jetzt große, inhaltsvolle Dailies rauszuhauen, während Home Story Cup läuft und viele halt auch nicht zu Hause sind und so, ist nicht so extrem sinnvoll. Deswegen werde ich das alles schön Anfang der nächsten Woche raushauen, wenn Leute vielleicht noch Bock auf StarCraft haben und dann auch wieder zu Hause sind, vielleicht sie noch mal ausruhen abends oder so und das dann in Ruhe gucken können oder vielleicht auch morgens, wenn sie wieder zu arbeiten müssen oder so, wer weiß. Und dementsprechend habe ich heute eins vorbereitet, werde wahrscheinlich auch in den nächsten zwei, drei Tagen noch ein paar vorbereiten, dann bis Sonntag, wo natürlich dann auch die Ergebnisse wieder kommen. Heute war für mich ein sehr ruhiger Tag. Ich habe ein bisschen telefoniert, ein bisschen gearbeitet natürlich vorher, ganz normal. Dann habe ich den ganzen Tag, fast den ganzen Tag, Home Story Cup geguckt und werde das auch morgen wahrscheinlich ähnlich machen. Morgen dann auch schön Home Office, das heißt, da kann ich schön während der Arbeit ein bisschen natürlich Home Story Cup gucken. Das ist dann auch schon mal ganz nice. Ich habe mir auch extra für morgen nur die einfachen Sachen rausgesucht, die ich dann heute schon, würde ich die heute schon die schwierigen gemacht haben, morgen dann schön chillig arbeiten kann. Ja, ansonsten bin ich gespannt, was ich morgen erzähle, vielleicht noch von mehr Sachen, die ich vorbereitet habe. Vielleicht fällt mir auch noch was ganz cooles ein. Aber die wirklich inhaltsvollen Sachen werden dann wahrscheinlich am Wochenende nicht kommen, sondern ich werde mich halt auf andere Sachen fokussieren, selber ein bisschen StarCraft vielleicht nochmal spielen, vielleicht Samstag, Sonntagvormittag so ein bisschen leddern. Aber ansonsten werde ich selber sehr viel StarCraft gucken und mal sehen, ob ich noch so ein bisschen, mir vielleicht doch hier und da was abgucken kann. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal besser zu werden. Aber jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Guckt wahrscheinlich eh alle Home Story Cup, also viel Spaß da. Bleibt gesund und so. Ich drücke euch die Daumen, alle die da sind. Ansonsten, ja, gute Nacht irgendwann. Haut rein. Körner. Ja, im 1-2-3. Körner. Auch klar. Oh. Ich drücke euch ein bisschen.